Servus, Lads. Ich hab einen Enderman gefunden. Oder er hat mich gefunden, das weiß ich noch nicht so genau. Ich hab jetzt eine Tool Forge. Hier sind sogar zwei! Ich werd nicht mehr. Oh. So, dann brauch ich das. Das sind zwei, die ineinander stehen, das... ...frau ich mich nicht. Ich hab ihn angeschaut. Ich hab ihn angeschaut. Ich brauche das fette Ding, das fette Ding und das fette Ding. Ich sterbe. Oh no! Das fette Ding, das fette Ding und... ...das fette Ding. ...verportet sich die ganze Zeit ins Wasser, der Otto. So, äh... ...scheiße. Let's get down here, wo ihr kriegt. Enderperle. Da sind noch mal zwei. Und da ist noch mal einer. Stirb. Wie viele sind denn hier? Stirb! Glaube ich nicht an. Ich schlag dich. Und dann noch eine. Okay. Ich brauch vermutlich alles aus Stein, weil das ist theoretisch am einfachsten. Nein. Doch. Warum ist denn immer noch Nacht? Ich warte jetzt hier unten. Die Sonne geht gerade auf. Nein. Ich warte hier einfach. Ich hab ihn angeschaut. Schau, halt weg. Da ist er. Hm. Hm. Hi. 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 diese bürgermeister wieder sehr ende ist aber noch hier ich bin hier in der man ich brauche was zu essen den gerne tun jetzt ist er weg aber wir haben zwei ender perlen das ist sehr gut werde droppen kein fleisch oder ich habe habe keine ender perle bekommen scheiße ich habe die karte rangeoomt ich bin hier ich bin hier Letzten Hammersditsch. Ich brauche Modifier. So, noch schnell ein bisschen Sand mitnehmen. Scheiße. Seeds braucht kein Mensch. Okay. In die Hülle wieder direkt formen. Oh ja, ach nicht. Ich habe keine Fackeln mit. Egal. Oh, hier sind Hunde. Hm. In welche Richtung gehe ich? In die hier. Scheiße, hier ist eine Höhle. Ich habe einen Hund. Drecklich dazu machen. Gehe ich hier lang. Lol. Ich habe einfach einen Hammer. Ich will auch einen. Ich werde jetzt deine Machinery beschlagnahmen, um mir auch einen zu machen. Oh nein. Warum nicht? Das machst du schön selber. Wir könnten uns doch mal Ressourcen teilen, so ausnahmsweise mal. Das ist nicht Ressourcen teilen, das ist einfach nur alles nachmachen. Warum? So nicht. Hier ist ein Chunkfehler. Ich habe Diamonds gefunden. Warum haben wir eigentlich jedes Jahr einen Chunkfehler in diesem Spiel? Warum habe ich eigentlich keine Kohle gerade? Komm schon, ich brauche nur ein bisschen Kohle. Ah, Eisen ist auch gut. Nein, das Eisen verbrennt. Egal. Alter, wann hört der auf, der Chunkfehler hier? Kann man da Sachen bauen? Ich habe nichts zum Bauen. Sonst wird der Chunkfehler nachher zugebaut. Geht das? Ich glaube den Chunkfehler kann man nicht bebauen. Ich glaube auch nicht. Nö. Und wie riesig der ist. Naja. Wahrscheinlich ist er irgendwann wieder weg. Das geht nicht. Das ist schlecht jetzt. Wie habe ich das gemacht, dass man den immer reparieren konnte? A. A? B. Ich habe es rausgefunden. Bok, 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 bok. Ich brauche doch nur Kohle für eine kleine Fackel. Nein. Es wird keiner eine kleine Fackel geben. Nun ist halt hier einfach immer nur ein dunkler Gang. In dem Monster spawnen können. Wird jetzt einfach zugebaut. LOL. Mh. 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 Aloy. Melter. Ah, der ist ja gar nicht so teuer. Den machen wir mal eben. Das Kohle. Das Kohle. Braucht man denn so alles für so einen Schmarrn? Braucht keine Ahnung. Also ein Kuldron haben wir jetzt schon mal. Drei Furniss. Goldnuggets. Ein Kupfer. Hm. Noch mehr Kohle. Da sehe ich mich. Und da ist der Aloe Smelter. Le Aloe Smelter. L'Aloe Smelter. Oh no, I've been here before. Eisen. Geil. Okay, Eisen und Redstone habe ich. Oh, das wird geil. Wie vielte Folge ist das gerade? Ich weiß es nicht. Vier? Kann sein. Ich schaue mal nach. Schau doch mal nach. Ich habe Eisen gefunden. Das dürfte gerade Folge vier sein, ja. Noch mehr Eisen. Oh yeah. It's gonna be night time. Kannst du mal bitte schlafen gehen? Nein. Ein Moment. Warum nicht? Nicht zu Hause. Aber ich werde jetzt nach Hause gehen. Wenn ich da bin, mache ich mir einen Chancelodère. Aber erst mache ich mir die Sachen für den Chancelodère. Dafür brauche ich eine diamantene Spitzsacke. Die Sportsdog. Es ist deep in the night. Deep in denial. Please go to sleep. Okay. Okay. Ist es eigentlich effizienter, den Alloy Smelter zu benutzen, als die Kohle direkt in den Furnace zu tun? Noch eine Idee. Weiß ich nicht. Hm. Hm, hm. Ah. Nun wird eine Spitzsacke. Momentchen mal. Damit kann ich was abbauen. Ich könnte. Modify es. Ich könnte, wenn ich sehr schlau bin. Das ist eine sehr gute Idee. Das geht hier nicht, lol. Mining Level Obsidian. Ich bin sowas von ein Genius. Ein Genus. Ab in den Sports, Lorry. Ich sollte hier mal Treppen hinbauen. Wir brauchen mal ewig, bis man hier unten ist. Brauch mal mehr Holz. Oh ja, das könnte ich gleich mal fahren. Oder ich mach gleich eine Holzfarm. Nein. Warum nicht? Keine Ahnung. Stimmt, das geht ja in dem, in der Version. Völlig übertrieben. Aber das werde ich glaube ich nicht tun. Noch nicht. Jetzt, jetzt ist es noch nicht so weit. Mach ich, wenn meine Quarry steht. Das ist eine gute Idee. Geil, das war schlau. Statt eine Dia-Spitzhacke zu machen, mit der ich drei Dias verschwende, habe ich meinen Hammer jetzt abgegradet, dass der Obsidian abbauen kann. Mit einem Dia. Und ich kriege dann direkt neun Obsidian. Hm. Easy Snack, Junge. Hm. Rubin. Hier nehme ich auch noch mit. Machen wir hier wieder zu. Dann gehen wir wieder heim. Yes. Dann kriege ich das jetzt noch hin, diese Folge. Einen Chunkloader. Einen Chunkloader. Hm. Nein, das wird nicht funktionieren. Oh, doch. So, für den Chunkloader brauche ich einen Enchantavit-Täbel. Dann habe ich ein Buch gekappelt. Dieses Buch ist hier. Le Enchantavit-Täbel. Le Chunkloader. Yes. Ich habe ein Chunkloader. Das war jetzt easy. Was passiert, wenn ich jetzt meine Quarry mal den Chunkfehler abbauen lasse? Dann merkt die Quarry wahrscheinlich, ach, da ist ja gar kein Chunkfehler. Ach, dann aus dem Chunkfehler ein Chunkfehler. LOL. Aber das ist ein Problem für die nächste Folge. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.